so du wirst mich vernichten du willst mich vernichten du und welche armee wäre sehr schön dann laufen aber egal ach ja stimmt die war ja hier müssen fischer weil wir vergessen ja gut man kann ja nicht alles merken es zieht mich runter genau das ist das gericht was wir haben enthüllt geheimnisse schlucht da muss ich auch nicht machen kann warum gibt mir dann gibt die mehr neben ist die alle nicht machen kann jetzt erfüllt jetzt verarschen oder toll wow so gibt mir also ganz ehrlich ihr gebt mir jetzt drei das 34 34 nie mission die alle freischalten nur freigeschaltet habe ich kann sie nicht machen das ist doch bescheuert das ist doch bescheuert leute er habe ich gesagt aber schnell einsetzen gute idee mal wieder von mir auf jeden fall mir eine super super dufte idee von mir werden wir laufen müssen alter jetzt wird man sich jetzt nie bis zum kaputt gut gut ist gut okay wo ist das das ist hier dann gehe ich jetzt hier eine schere reise kann von da aus wir dann laufen. Ganz ehrlich, dann würde ich mir das doch sparen. Also was soll denn das? Also wenn da jetzt immer, also jetzt mal, eine Quest ist ja auch okay. Wenn man jetzt sagt, hey, du hast meine Quest Spür freistellt und dann musst du halt eine Fähigkeit, obwohl ich jetzt meistens immer ein bisschen komisch finde, aber egal. Mal ist ja okay, aber jetzt bei drei Minuten hintereinander, die ich eigentlich machen kann und jetzt Stellreise, nur damit wir dann die Hauptmission machen. Ja, das ist doch bescheuert. Äh, das hat man dann auch noch ein bisschen. Hm. Oder wen, so lange, bis ich halt die Fähigkeit habe, ist ja vollkommen okay, wenn man sich sagt, okay, hey, storytechnisch wollen wir doch nicht alle Fähigkeiten in die Hand drücken, sondern du musst dich auch ein bisschen freispielen. Das ist ja vollkommen fein, ne? Aber, äh, dann gibt mir doch auch die Paste neben bisschen, die ich dann auch mal absolvieren kann. Das ergibt einem gar keinen Sinn, besonders, weil das Spiel ja auch keine riesengroße Open World ist, wo ich jetzt sag, na gut, okay, da kann das halt mal passieren, weil das ist ja wirklich nur eine Sekte, ist ja keine um World. Das ist eine ganz klein kleine Spiel, ganz klein kleine Spielvideo, die wir haben. Na gut, sie ist größer als im, als im ersten Teil. Oh, wir haben sechs Fähigkeitspunkte. Nice. Wurde mal ausgeben. Ja. Wisse? Vollkommen okay, dass man sich dafür entscheidet, ne? Da ist, da ist, äh, was haben wir raus? Aber, ja, naja, egal. Ich spiele das sind cool. Ich mag das Spiel. Ich mag's wirklich. Gerne, würde ich super. Also, es wäre eine coole Erfahrung. Genau. Wir durften nicht mehr weit weg sein. Ich sehe aber nichts, was wie eine Siedlung aussieht. Wer ist benutzen, ne? Los geht's. Okay. Ja, hätte ich jetzt aber gleich gemacht. Warte, aber bevor wir da jetzt sterben und ich da jetzt irgendwie alles normal machen muss, war der Kotz. Dann machen wir das Konzept mal anders. Ich hab dann jetzt keine Lust drauf, falls die da wieder drauf gehen, nicht, dass ich da jetzt drauf gehen und wir, äh, na, 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 na. Na los! Genau. Na? Hörst du? Gute Arbeit, BD. Cool. Du hast, ey, Kriegs, äh, Herren, äh, Standarte, okay. Äh, äh, eins der wordenen Standarte, die daraufhin zu deuten scheint, dass der Turm 1 unter dem Kommando eines gewissen Kriegshernders Turm stand. Das ist so ein Unnamo, ursprünglich ein, einem Bethlehem, Bethlehem Rider gehörte. Dann gibt's ihre Unterwürfigkeit gegenüber Ravis unwahrscheinlich. Ich muss meine Mitte finden. Genau. Schlussbettwache. Nice. Cool. Bleiben wir in Bewegung. ist hier noch? Schau dich hoch. Mhm. Geil, noch was da höher. was denn hier wer geht denn hier wer geht denn hier was ist denn hier los was ist denn hier los was ist denn hier los ja operatio fretteproblem ist auch erfolgreich du Idiot ihr habt gut gekämpft aber mir habt ihr nichts entgegenzusetzen das ist mein turm was willst du dir etwas anbieten einen vorschlag die battle riders wurde aus vielen unterschiedlichen gruppen von banditen kriminellen selten gebildet reis hat sie nacheinander rekrutiert mit schönen worten und blutgeträchtiger überzeugungskraft er sieht er das an die 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 darüber das und sogar machen danke danke du vogel jetzt war auch ein chris oder vogel egal wir gehen in einem ziel nach und gelandet aber spalter war da war das auch so ein ding ach so ob es aus und teil also jetzt mit der hinten ok ok leute das kriegen wir hin dass uns diesmal abstand halten auf jeden fall zack oh hier liegt alles in trömer dafür das ist noch ein bisschen ok aber ich sehe nicht was wir kann vor kopfkaltjäger ja ok Okay, we can E-arm it. Ja, endlich hab ich dich. Komm, halt drauf, halt drauf, halt drauf. Oh mein Gott. Arschloch. Wow, als wir helfen können. Ja, danke. Ja, Schlammwühle hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl, du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kerl. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis bösen Jungs den Garaus macht. Ganz nebenbei, echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will. Kerl, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Bist nicht der Einzige, der noch Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfgeldjägern ab. Und ich geb dir dafür etwas Hübsches. Er gehörte also zu Axiombrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Komm zum Salon. Dann helfe ich dir, den Jäger ganz sofort zu kommen. Na gut. Ich überleg's mir. Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Nö. Kaji Kopfgeldjäger, Fallschall. Kopfgeldjäger können jetzt über den Reibilden verfolgt werden. Nö, der Kopfgeldjäger. Bringe alle einfachen Kopfgeldjäger zu strecken, und er weise ich als würdig, gegen die Besten anzutreten. Hey, nicht schlecht. Komm schon, Kumpel. Unentdeckt, aber wie entdeckte ich die? Wir müssen immer noch der Gans Zuflucht finden. Ah, da hinten, nicht so schön. Ah, okay. Ah, okay. Okay, 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 okay. Kann ich mir noch ein paar Kopfgeldjäger holen, oder was? Ah, okay, nice. Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist, und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Ich hab's gespürt! Genauso sehr gut, Padawan. Ah, nice. Eine Unterweisung. Die Jedi sahen überall Möglichkeiten, selbst auf einer unwertlichen Welt wie Kobo, um die ständig wachsenden Publikum wirklich zu verstehen, mussten die Jedi so viel erleben, wie sie nur konnten, und dann ihren Padawan beibringen. Die Jedi sahen überall hin und die Jedi sahen überall hin und die Jedi sahen. ihr war also nicht danach mir da gerade zu helfen ohne bezahlung ich glaube nicht ich hab dich auch lieb ich auch gerne vom herzen war doch irgendwie scheiße oder präsentiert ich habe gerade gesehen ja komm Ich brauche Hilfe. Wir haben Ressour, ne? Alter. Ich brauche unterstöpft uns. Hör doch mal ab, Mensch. Du bist Misting. Hör mal ab jetzt. Wow. Der heilt. Oh ja, danke. Zack. Alter Schwede. Hey, hier geht's auch irgendwo rein. Nur noch nicht vor uns. Okay. Ja gut, wenn wir ein Kopfgeld hier, müssen wir mal gucken, ne? Dieser bleibt sehr klar, ich komme ja schon. Ich komme aber schon echt hart, ne? Das ist ja, Kopfgeldjäger und da ist sowas, ne? Weil mittlerweile... Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Lass uns hier eine Pause machen. Mittlerweile wird der Scammer ganz schön, ähm, gemein, ne? Muss man schon sagen. Oder mittlerweile wird das gemein, ja? Nicht mal so easy peasy, so letztens so, ne? Kann man ja auch nicht zufällig so, ne, so, ne, so'n Ding finden, so'n... Also... Wir sind nicht die Einzelnen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagen? Ja, aber da wird ja auch immer ein Stahl, oder? Keine Ahnung. Ich lasse es immer so stehen. Wo geht das hier dann? Ich glaube, da auch. Ich glaube, da auch. Ich glaube, dass du nur gefedert hast. Wie ich zu kämpfen habe mit... ...mit irgendwie... ...klar für sich die Energie. ...wilkommen, Yeti. Ist das Centauri Kree? Ähm... Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Okay. Ja, ich habe nicht vor, zu scheitern. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwohin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Natürlich. Ein Pader war ein Bild darum, äh, vom Training entschuldigt zu werden, ohne den Grund zu nennen, aber der Meister fragt dich nach und lässt ihn gehen. Ja, ich glaube, das war ein Bild, aber der Meister fragt dich. das gefährliche strahle von eurer verbindung zur macht zu unserem gemeinsamen ziel für centauri kree hat jede auf die reise durch den abyss vorbereitet ein lasst mich doch mal selber gucken ja Warte mal, wenn sich die Kugel fährt irgendwo hinballern. Ja, warte mal da oben. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir können direkt reingucken. Ah, warte mal. Hier, 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 hier. Genau. Ah. Siehst du das? Ich will immer mal etwas selbst gucken. Bevor man sich Hilfe holt. Und jetzt ergibt es nämlich auch Sinn. Weil jetzt kann ich bestimmt... Nö, da gibt es keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich mit der Kugel machen muss. Das ist schon mal was. Genau. Cool, kommen wir jetzt da rein. Und, äh, macht Dinge. Ja, wenn ich jetzt auch noch mal... Ja, gut, aber wofür ist die Kugel jetzt? Warte. Wir haben einen Durchgang geschaffen, ne? Das haben wir geschafft. Äh, genau. Machen wir so. Mal was jetzt hier wieder hin. Ja, wird der wohl irgendwas bedeuten. Hä? Hä? Kann ich da am festhalten? Nein. Warte mal. Warte mal. Äh, warte mal. Äh, warte mal. Äh. Ja. Und dann dahinter. Ach so. Ach so. Ist das gemeint. Ah, okay. Jetzt habe ich's. Das war falsch. Das war richtig. Ich glaube, zumindest so gemeint ist. Ich hoffe es mal. Ja, siehst du. Ja. Und hier muss ich irgendwie den Leser bestimmt ausrichten. Irgendwohin. Warte auch nicht wo. Ah. Wirst du mit dem Aufhänd kommen wir rüber? Deswegen. Ach so. Ne, nice.